Aber das ist ja was ich eingefickt habe. Ja, ich nehm es jetzt auf. Deine Glanzleistung. Ich hab sogar extra Zeit, Luke, damit ich es besser sieht. Tot! Tot! Was hast du dabei gedacht in die Wand zu rennen? Ich mache es gerade vorbeifahren. Was ist? Ich mache es gerade vorbeifahren.